Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 21. Gott hat auf der Grundlage seiner zehn Gebote oder hat den Bund, den er jetzt hier mit dem Volk Israel schließen will, hat als Grundlage, als sozusagen das Zentrum die zehn Gebote dem Volk Israel verkündet, ganz direkt. Und das Volk war erschüttert, war zutiefst erschrocken, zutiefst aufgewühlt und wollte dann doch lieber nicht selber mit Gott reden, sondern wollte lieber einen Mittler haben. Und Gott hat gesagt, ja, es ist in Ordnung, es ist schon richtig so. Und er hat es auch offenbart, dass es eine tiefere Wahrheit beinhaltet. Ja, wir brauchen als Menschen, als Sünder einen Mittler. Wir können nicht einfach so vor Gott kommen, wir vergehen. Vor den heiligen Gott können wir nicht treten. In seinen zehn Geboten offenbart er uns sein Wesen, seinen Charakter. Dass er der Gott ist, der uns errettet, uns Sünder annimmt, uns herausholt aus der Sklaverei, um uns zu befreien. Und der dann ein Liebesbund mit uns schließt. Und ja, mit ihm im Bund zu stehen, mit dem heiligen Gott im Bund zu stehen, bedeutet selber, heilig zu sein. Und er heiligt uns, dadurch, dass er uns haben will in diesem Bund. Er würdigt uns dieses Bundes. Aber wir sollen uns auch würdig erweisen, dieses Bundes. Und da hat das Volk Israel gemerkt, wir können gar nicht. So wie Jesaja, als er den Herrn sieht, diese Vision von Gott im Tempel hat, an einem bestimmten Punkt merkt, ich bin ein unreiner Mensch. Mit unreinen Lippen. Ich kann vor Gott gar nicht bestehen. Und das Volk reagiert richtig, ja, wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen einen, der zwischen uns steht. Und Gott, der soll hören, der soll uns diese Worte weitersagen. Und Gott sagt, ja, es ist richtig, weil es ist schon ein prophetischer Hinweis auf das, wie es sich in Wahrheit in Jesus Christus erfüllt. Der reine, der sündlose Mensch, Jesus, der der eine Mittler ist, zwischen Gott und Menschen, der durch sein Blut uns vollkommen gemacht hat, geheiligt hat, durch sein Opfer uns gereinigt hat. Und der, ja, in dem Gott uns begegnet, in dem Gott zu uns spricht, der uns die Worte Gottes mitteilt, ja, der selbst das Wort Gottes ist, das Fleisch geworden ist. Und jetzt gibt Mose das weiter, was der Herr gesprochen hat. Und es beginnt mit diesen Altargesetzen. Das heißt, am Anfang steht Gottes Anordnungen, wie er anzubeten ist. Und jetzt geht es weiter mit den Rechtsbestimmungen. Und die Rechtsbestimmungen gehen jetzt über eins, zwei, drei Kapitel, Bevor dann am Ende nochmal Gebote zu den Festen und zu den Opfern und verschiedene andere Anweisungen kommen. Aber jetzt kommen die Rechtsbestimmungen. Hier steht in Kapitel 21, Vers 1, dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Also Gott hat es hier mit einem Volk zu tun. Er hat es nicht mit einer einzelnen Person zu tun. In den Zehn Geboten spricht er Israel als Einzelperson an. Du sollst. Du wirst. Aber er hat es mit einem Volk zu tun. Und dieses Volk, ja, es hat seine Beziehungen auch untereinander. Und wie so Menschen sind, sie haben so ihre Probleme, sie haben so ihre Schwierigkeiten. Sie sind Sünder und es kommt Sünde vor. Und mit Sünde muss umgegangen werden. Und dafür gibt es Rechtsvorschriften. Dafür gibt es Gesetze. Gott hat gesagt, es muss so sein, unter diesen sündhaften Menschen muss es eine Ordnung geben, damit die Sünde nicht überhand nimmt. Damit es nicht ist, wie zur Zeit Noas, muss dem Ganzen eine Grenze gesetzt werden. Und diese Art und Weise, eine Art und Weise, wie Gottes Herrschaft auf dieser Erde geschieht, ist durch die Obrigkeit. Durch das Gesetz, das weltliche Gesetz, was aufgerichtet wird, um den Menschen, ja, ein Stück weit einzuengen, dass er nicht, ja, all das Böse tut, was in seinem Herzen ist. Die Obrigkeit ist von Gott, sagt Paulus. Von Gott eingesetzt. Sie hat das Schwert, um das Böse zu strafen, das Gute zu belohnen. Und so gibt Gott natürlich als weiser Herr, als weiser Gott seines Volkes, auch seinem Volk, Rechtsbestimmungen, nach denen sie sich richten sollen. Er leitet sie darin an, was es heißt, die zehn Gebote ernst zu nehmen, in den verschiedenen Lebensbereichen. Und manchmal sind das so abgefahrene Gesetze, wo wir echt schwierigen Zugang zu finden, weil es überhaupt nicht so richtig mit unserer Lebenssituation zu tun hat, weil sich das im Laufe der Jahrhunderte so sehr verändert hat, bestimmte Bereiche. Und es geht hier gleich los mit Rechtsbestimmungen zum Thema Sklaverei. Und die Sklaverei ist ja nun in Deutschland schon einige Zeit abgeschafft. und auch in vielen anderen Ländern ist die Sklaverei abgeschafft, offiziell. Aber damals war es so, es gab Sklaverei. Und wir werden auch sehen, dass es gewisse Dinge gibt, die dem vielleicht so ein bisschen ähnlich sind und vergleichbar sind in unserem Land, in unserer Zeit. Okay, wir starten mal hinein hier. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, umsonst frei ausziehen. Es geht um das Sabbatjahr. Und das Sabbatjahr hatte seinen Zweck, wir werden das noch sehen, im weiteren Verlauf der Gesetze wird es auch irgendwann kommen zu dem Sabbatjahr, was sich bezieht auf das Land, auf die Art und Weise, wie das Land bebaut wird und dass der Land auch Ruhe braucht. Eine Weisheit, die heutzutage in der Agrarwirtschaft durchaus auch sehr klar gesehen wird. Aber hier wird das Sabbatjahr bezogen auf die Sklaven. Und es hat seinen engen Bezug eigentlich zu dem Sabbatgebot auch. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Die Sklaverei, sie steht für Mühsal, sie steht für Unterdrückung, sie steht für Last. Das ist ein Mensch, der versklavt ist. Er trägt die Last, er muss arbeiten, er muss zur Verfügung stehen, wie sein Herr es möchte. Er lebt in seiner Mühsal. Und was gilt für einen solchen Sklaven? Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Ja, für den Sklaven gilt es ja auch. Na Gott hat es seinem Volk Israel gesagt, ihr sollt das so handhaben, aber ihr sollt es auch so mit euren Sklaven tun. Sie sollen nicht den siebten Tag, wo ihr euch ausruht, dann für euch arbeiten. Nein, sie sollen auch ruhen. Sie sollen auch die Freiheit schmecken. Den Vorboten auf das Reich Gottes. Sie sind auch zur Freiheit berufen, diese Sklaven. Sie sind nicht geboren, um ihr Leben lang Sklaven zu sein, sondern sie sind als freie Menschen geboren und sollen frei sein. Und wenn es dazu gekommen ist, und das ist eigentlich zumeist der Hintergrund der Sklavereien unter den Israeliten gewesen, warum sind Israeliten zu Sklaven geworden? Weil sie Schulden gemacht haben und ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten. Und das war ein Mittel, sozusagen seine Schuld zu tilgen, war, dass man sich verkaufte, dass man seine Arbeitskraft sozusagen zum Abgelten der Schuld einsetzte. Wir sehen das daran, dass zum Beispiel in Vers 16 nachher gesagt wird, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, der muss getötet werden. Menschenraub war ein todeswürdiges Verbrechen. Es ist ein todeswürdiges Verbrechen in Gottes Augen, in seinem Volk, Israel. Also man konnte nicht einfach einen Menschen klauen, ein Baby, ein kleines Kind, eine Frau, ein Mann und sie entführen und sie dann in eine Sklaverei hineinführen, sie verkaufen. Ich weiß nicht, ob sie dann solche Herkunftsnachweise auf dem Sklavenmarkt gehabt haben. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Sklaverei häufig in Zusammenhang stand mit Schulden. Und wisst ihr, wir haben sowas ähnliches. Wenn ein Mensch in Deutschland seine Schulden nicht mehr begleichen kann, was passiert? Er kann eine Privatinsolvenz anmelden. Ja, und das ist ein Stück weit wie eine Schuldknechtschaft. Jede Einkünfte, die über das Existenzminimum hinausgehen, über das, was einem Menschen dann zugebilligt wird, das muss er abgeben, das muss er abtreten an die Gläubiger. Und so sind Menschen, die tatsächlich in diese Schulden hineingeraten, diese Schuldenfalle hineingeraten, sie sind wirklich, Schulden sind wirklich furchtbar. Es ist wirklich eine Knechtschaft, auch heute. Und Gott warnt uns davor. Pass auf, tapp nicht in die Schuldenfalle hinein. Sei wachsam. Wenn du Schulden machst, dann wirklich in einem sehr begrenzten Rahmen, in einem Rahmen, wo du tatsächlich das auch bedienen kannst. Wo ein entsprechender Wert entgegensteht. Wenn du eine Immobilie kaufst und dafür Schulden aufnimmst, dann hast du diese Immobilie und im Notfall, wenn du diese Schulden nicht mehr bedienen kannst, kannst du die Immobilie einsetzen. Aber wenn du Schulden machst für ein Auto, 50.000 für ein Auto hinblätterst, für ein neues Auto, und die hast du natürlich nicht, die lässt du mit 0%. Und dann kannst du plötzlich diesen Kredit nicht bedienen, weil du deinen Job verloren hast. Und dann stehst du plötzlich da und kannst das Auto aber nicht mehr für die 50.000, weil du hast es schon zwei Jahre gefahren. Du kriegst keine 50.000 mehr dafür. Du kriegst höchstens 20.000. Was mit dem Rest? Tja, dann stehst du da. Du bist vollkommen überschuldet. Wir müssen da aufpassen. Gott will nicht, dass wir in solch eine Sklaverei hineingeraten. Schulden können so drückend, so belastend sein. Und dann kommt immer noch was obendrauf. Und dann musst du hier noch plötzlich was bezahlen und da was. Und du hast sowieso schon nichts mehr. Und wie sollst du das alles noch dem allen noch Herr werden? Und dann bleibt manchmal Menschen nichts anderes übrig, als in die Privatinsolvenz zu gehen. Und das kein Zuckerschlecken. Und so war es auch hier für die Israeliten. Sie mussten dann in diese Schuldknechtschaft gehen. Sechs Jahre arbeiten. Das hieß nicht, dass sie dann in dieser Zeit rechtlos waren. Wir haben so ein bestimmtes Bild von Sklaven, was oft so aus diesen Sklavenfilmen, aus den USA genährt ist, irgendwie so. Und die Sklavenschiffe und all das ganz furchtbare Geschichten. Damals waren diese Sklaven aber nicht völlig rechtlos, sondern sie wurden versorgt. Sie hatten Unterkunft, Verpflegung, so wie es in der Privatinsolvenz ist sozusagen. Dein Auskommen hast du immer noch. Und dann war es so, dass nach sechs Jahren die Schuldknechtschaft vorbei war. Das Erlassjahr. Die Schulden wurden erlassen. Der Knecht wurde freigelassen. Der Diener, der Sklave wurde freigelassen. Er wurde wieder zurückgeführt in den Zustand, wo er eigentlich hingehört. Teil des freien Gottesvolkes, das ja aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde. Ist unser Gott nicht wunderbar, dass er solche Rechtsbestimmungen in seinem Volk gegeben hat? Er möchte die Freiheit. Er möchte, dass Menschen frei sind. Aber wir haben so unsere Probleme. Wenn du jemanden hast, der dir was schuldet, stell dir vor, du hast jemanden, der dir 20.000 Euro schuldet, den nach sechs Jahren dann einfach aus der Schuld zu entlassen? Den Rest deines Geldes siehst du nie wieder? Es gab natürlich Leute, die das ausgenutzt haben. Aber da hat Gott natürlich auch bestimmte Rechtsvorschriften gesetzt. Wir gehen aber hier weiter. Der Sklave soll frei werden. Und das ist Gottes Wesen, Gottes Charakter. Er ist derjenige, der die Gefangenen freisetzt. Der die Versklavten in die Freiheit führt. Und das zeigt sich auch geistlich. Gott will uns aus der Mühsal, aus der Versklavung unter die Sünde und den Tod befreien. Das sehen wir in Johannes 8, Vers 32. Da sagt Gott, sagt Jesus, Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave oder der Sünde Diener. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Da kommen wir gleich noch zu. Wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und Jesus ist gekommen, die Gefangenen freizumachen. Er ist der Sabbat. Er verkündet das Gnadenjahr des Herrn. Die Gefangenen sollen frei werden. Und das ruft er uns auch zu. Du sollst frei sein von der Sklaverei der Sünde. Dein alter Herr, er muss dich ziehen lassen, denn das Sabbatjahr ist gekommen, das siebte Jahr. Die Errettung, das Heil, du bist frei und du musst nichts dafür bezahlen. Wisst ihr, und in Galater 5, Vers 1 sagt uns Paulus, ruft uns Paulus zu, Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Lasst euch nicht wieder in eine Knechtschaft hineinführen. Bleibt frei. Ihr seid frei gemacht. Bleibt frei. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Kapitel 21. Und da steht, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er dir sechs Jahre dienen. Im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen. Falls er allein gekommen ist, soll er auch allein ausziehen. Falls er Ehemann einer Frau war, soll seine Frau mit ihm ausziehen. Falls ihm sein Herr eine Frau gegeben und sie ihm Söhne oder Töchter geboren hat, sollen die Frau und ihre Kinder ihrem Herrn gehören. Und er soll allein ausziehen. Ganz interessante Rechtsvorschrift. Was macht Gott hier deutlich? Also erstmal sagt er, der Sklave ist allein gekommen, er soll auch alleine wieder in die Freiheit gehen. Wenn er aber der Ehemann einer Frau war, und hier steht nicht Ehemann, sondern der Herr einer Frau. Hier wird deutlich, es ist eine Bindung, eine Beziehung da. Die beiden gehen in einem Joch. So wie Gott am Anfang gesagt hat, die zwei werden ein Fleisch sein. Und ja, der Mann ist das Haupt der Frau. Und sie, in Petrus, 1. Petrus 3, sagt Petrus, Sarah, euer Vorbild, ihr Ehefrauen, hat ihren Ehemann Herr genannt. Und so wird es im Alten Testament manchmal gebraucht, dass für das Wort Ehemann tatsächlich im Original das Wort Herr steht. Eheherr. Also sie sind verheiratet und so stehen sie in dieser Beziehung. Er ist verantwortlich für sie, er hat die Verantwortung für sie übernommen, er hat sie in seinen Schutz hineingenommen. Nun musste er in diese Knechtschaft einziehen und sie mit ihm zusammen, mitgehangen, mitgefangen. Aber in dem Moment, wo er wieder frei kommt, weil sie sein Fleisch und Blut ist, sein Eigen ist, ihm gehört, er gehört ihr, sie gehört ihm, gehen sie zusammen in die Freiheit. Wenn es aber so ist, dass er alleine in diese Sklaverei hineingekommen ist und sein Herr ihm eine Frau gegeben hat, dann ist diese Frau immer noch zuerst an den Herrn gebunden und erst dann an ihren Ehemann. Wenn der Ehemann sich entscheidet, nach den sechs Jahren aus der Sklaverei herauszugehen, ist die Bindung der Frau an den Herrn stärker als die Bindung an den Ehemann. Der Ehemann muss gehen und seine Frau zurücklassen. Interessante Geschichte. Wir können diese ganze Geschichte mit dem Sklaven und den Herrn auch von einer ganz anderen Perspektive sehen. Wisst ihr, der Herr ist nicht nur der böse Herr, der uns in einer Knechtschaft hält, wo Gott uns heraus befreit, sondern der Herr. Wir können auch Gott selbst als den Herrn sehen. Und diese Möglichkeit herauszugehen aus der Knechtschaft, das ist die Möglichkeit, die Gott einem jeden Menschen gibt. Er sagt, du darfst dich entscheiden. Willst du mir dienen oder willst du es nicht? Du bist frei. Du kannst gehen. Und dann steht hier, Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn und meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Friem durchbohren, dann soll er ihm für ewig dienen. Also hier ist der Tag der Befreiung. Hier ist der Tag und es ist ein Tag der Entscheidung. Denn du musst nicht in die Freiheit gehen. Du darfst diesem Herrn auch weiter dienen. Und klar, die Situation, er hat eine Frau bekommen von dem Herrn und sie haben Kinder. Ja, dann kann ich verstehen, dass er sagt, ja, ich liebe meine Frau und meine Kinder. Ich will lieber in der Knechtschaft bleiben bei meiner Frau. Aber was ich interessant finde ist, hier steht nicht, ich liebe meine Frau und meine Kinder. Ich will nicht als Freier ausziehen, sondern hier steht, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder. Zuerst um das Herrn willen bleibt dieser Sklave im Haus, weil es ein guter Herr ist. Und so ist es mit Gott. Gott ist ein guter, wunderbarer Herr. Und ja, er beschenkt uns seine Söhne mit einer wunderbaren Frau. Den einen oder den anderen von uns. Und es kommt dieser Tag der Entscheidung, willst du mir wirklich freiwillig weiter dienen? Und wisst ihr, was Gott sagt? Wenn ein Mann und eine Frau im Herrn heiraten, zwei Gotteskinder, wem gehören sie zuerst? Wem gehöre ich zuerst? Meinem Herrn und dann meiner Frau. Wem gehört meine Frau zuerst? Unserem Herrn, Jesus Christus und dann mir. Das ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Denn, wenn ich meine Freiheit so auslebe, dass ich sage, okay, ich verdufte, mir reicht es mit diesem Herrn hier. Es war jetzt genug. Sechs Jahre habe ich Gott gedient, jetzt reicht es mal. Will mein eigenes Leben leben. Na, der verlorene Sohn. Ich verdufte, ich gehe weit, weit weg. Sagt Gott, diese Frau und eure Kinder, die bleiben bei mir. Die kannst du nicht mitnehmen. Was sagt Paulus dazu in 1. Korinther 7? Er sagt in 1. Korinther 7, Vers 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Hier ist genau das Prinzip, was wir in 2. Mose 21 sehen. Die Eheleute sind zuallererst an den Herrn gebunden. Und in dem Moment, wo einer die Biege macht und sagt, ich gebe dem Herrn die Entlassung oder ich nehme die Entlassung, ich gehe raus aus der Bindung zu meinem Herrn, ich gehe meinen eigenen Weg im Unglauben, dann bleibt der gläubige Ehepartner treu dem Herrn. Wie Paulus in 1. Korinther 6 sagt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Er wird es nicht verleugnen. Er lässt den Ungläubigen ziehen und bleibt beim Herrn mit den Kindern. Gott lässt uns gehen, aber nicht die Frau, die er uns geschenkt hat. Und jetzt ist es so, was tut dieser Knecht jetzt hier, der dieses Freiheitsangebot nicht annimmt? Er entscheidet sich im 7. Jahr noch einmal ganz neu, ich will bei meiner Frau und bei meinen Kindern bleiben. Ich will zuallererst auch meinem Herrn treu bleiben und ihm dienen. Und wisst ihr, das ist sehr interessant. Ich habe es noch einmal gelesen. In Deutschland gibt es eine Menge Ehescheidungen jedes Jahr. Ich habe es jetzt nur mal für das Jahr 2010, das ist schon elf Jahre her, aber das verändert sich immer so ein bisschen, aber so um so eine ungefähre Basis zu haben, habe ich so eine Statistik gesehen aus 2010. Da gab es irgendwie 180.000, 190.000 Scheidungen im Jahr. Und von diesen geschiedenen Ehen, die meisten Ehen wurden geschieden, da waren die Ehepartner zwischen fünf und acht Jahre Jahre verheiratet. Man spricht ja immer so gerne vom verflixten siebten Jahr. Ich finde das interessant. Ich fand irgendwie so diese Connection. Im siebten Jahr steht dieser Sklave vor der Entscheidung, soll ich gehen? Soll ich meinen Herrn verlassen? Soll ich dann damit auch meine Frau und meine Kinder verlassen? oder entscheide ich mich dafür, meinem Herrn treu zu bleiben und auch meiner Frau und meinen Kindern treu zu bleiben? Gerade in dieser gefährlichen Phase, Gott will, dass wir uns entscheiden für ihn, für ihn, ihm zu dienen und unseren Frauen und unseren Kindern treu zu bleiben. Das ist Gottes Herz, dass wir im Glauben bleiben, den Glauben nicht verleugnen, den Glauben nicht hinschmeißen, weil es schwer geworden ist, sondern dass wir uns aus freien stücken und das will er, aus freien stücken. Du bist frei, du kannst wählen, du kannst diesen anderen Weg gehen, du kannst den Weg des Unglaubens gehen. Dann machst du alles kaputt. Das ist nicht der Weg der Liebe, es ist nicht der Weg des Dienstes, der Hingabe, es ist nicht der Weg Christi. Und das finde ich auch nochmal bemerkenswert und krass, wenn ich mir das vor Augen führe, dass diese Verse hier in 2. Mose 21 uns auch Jesus als den Ehemann vor Augen führen. Jesus, den Diener, den Knecht Gottes. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, ich liebe meinen Herrn, ich liebe meinen Vater und ich liebe meine Frau und ihre Kinder, die Gemeinde, alle einzelnen Gläubigen, ich liebe sie. Ich will nicht als Freier aussehen, ich will nicht frei sein, sondern er hat sich entschieden, Knecht zu werden, auf die Erde zu kommen, ein Knecht zu werden. Ich will ein Diener werden, ich will ein Knecht, ein Sklave will ich sein. So soll ihn sein Herr vor Gott bringen. Man kann auch übersetzen vor die Richter, hier steht das Wort Elohim, in seltenen Fällen wird es auf die Richter angewendet. ins Tor, an die Tür, ins Tor. Also, das ist ein öffentlicher Akt, in der aller Öffentlichkeit, ein Rechtsakt findet hier statt. Dieser Priem, der in das Ohr dieses Sklaven geschlagen wird, am Türpfosten, ist ein öffentlicher Akt, ein Rechtsakt, womit festgeschwellt wird, hier wird dieser Bund geschlossen. Nicht mehr ein Bund auf sechs Jahre, sondern ein Bund für immer wird hier geschlossen. Er wird geschlossen aus freiem Stücken, aus freiem Willen. Nicht unter Druck, weil ich muss ja jetzt irgendwie meine Schulden bezahlen. Nein, aus Liebe, ein Liebesbund. und er wird an den Türpfosten gestellt und das Wort Türpfosten kommt gar nicht so oft vor im Alten Testament. Es kommt an einer Stelle vor, die sehr bedeutsam ist. In Kapitel 12, wo das Passalam geschlachtet wurde und das Blut an den Türpfosten gestrichen wurde. Der Türpfosten, dieser Pfosten, dieses Holz, Ohrloch gestochen wird. Und was passiert? Er wurde durchbohrt um unsere Willen und Blut trat aufs und fiel auf diesen Balken, auf dieses Holz. Jesus war bereit in einem öffentlichen Rechtsakt unsere Schuld zu Sühnen. Am Kreuz von Golgatha wurde er durchbohrt um unserer Schuld Willen. Er hat sich zum Sklaven erniedrigt. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam seinem Vater ist ja und da wird dann ein Schuh draus. So wie Christus die Gemeinde liebt, so sollen wir unsere Frauen lieben, in der gleichen Weise freiwillig. Zuerst aus Liebe zu unserem Herrn und dann aus Liebe zu unserer Frau und unseren Kindern. Ihm nachfolgen darin, uns an den Pfosten zu stellen und zu sagen, ja, ich sage freiwillig ja und das ist eigentlich das, was hier geschieht, wenn wir ein Ehebündnis schließen. Eigentlich müssten wir hier irgendwie den Ehemann dann da hier zu dem Kreuz dahin bringen und dann machen wir hier ein Ohrloch und dann kommt der Ehering nicht an den Finger, sondern hier rein. Und zwar als Zeichen der Knechtschaft, der Unterordnung unter dem Herrn. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Mann, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Aus Liebe zu meinem Herrn, dem ich diene und aus Liebe zu meiner Frau und den Kindern bleibe ich unter der Herrschaft meines Herrn, diene ich ihm für immer. Jesus, wir preisen dich, wir danken dir, dass du das für uns getan hast, dass du Knecht geworden bist, dass du uns so geliebt hast, aber wir bewundern dich, wir beten dich an für deine Liebe und Treue auch Gott gegenüber, die so rein war, so wie wir es nie zustande bringen, immer vermischt, immer gemischt mit unserem Fleisch. Herr, bei dir ist es rein, du bist ein reiner Teig, du bist ein ungesäuerter Teig, du bist ein reines Gefäß, du bist rein in deinem in deiner Hingabe und dein Blut reinigt uns von aller Sünde und danke, du hast diesen Liebesbund, diesen freiwilligen Liebesbund geschlossen mit uns am Kreuz von Golgatha und hast es vorher den Jüngern gesagt, wie sie und wie wir uns daran erinnern sollen. Es ist nicht ein Loch durch unser Ohr gestochen, sondern es ist das Abendmahl, was wir feiern, zur Erinnerung an das, was du für uns getan hast, zur Erinnerung daran, dass du diesen Liebesbund mit uns geschlossen hast und dass wir in diesem Bund stehen, für immer, für ewig. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.